Servus, Fredl! Ja, Klaus, grüßt dich. Servus, es war nicht ehre ich zu sehen. Ja. Und, freust dich schon auf 16 Tage, wie es in der Wirkstunde ist? Ja, freue ich mich schon wieder da. Bist wieder dabei? Ja, auf alle Fälle. Ah, freue ich mich. 11 Jahre haben wir jetzt schon. Die Zeit vergeht, ne? Ja, das ist brutal. Liebe Gäste, wir freuen uns wieder euch in der Wildstuben auf der Wiesn 16 Tage lang begrüßen zu dürfen und gerade unsere Stammgäste, die uns ja jeden Abend einen bunten Abend mit uns, mit unserer Wildstuben-Familie sozusagen bescheren, freuen uns auch herzlich auf euch. Prost. Genau. Prost. Kommst gleich noch auf die, äh, runter zum Aufbau? Ja, auf die Beria runter dann, ja. 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 Ja.